Und auch, zack, Moment, da ist noch was nicht im Vordergrund, so, jetzt aber, Wunderbärchen, weitere geht's, was heißt beim Armagel unspannen, ich spanne nicht, ich spanne nur mich ja selbst auf die Brust, so, keine Ahnung, stellen wir mal drauf, ja, wie man die repariert, das wäre echt mal interessant, wahrscheinlich kann man die nur raushauen und dann weg, so, was bist du für ne Tür, vor allem, was brauchen wir in der Scheune für ne Tür, Hannuari, Harry hat noch Futter, Harry ist fröhlich, wir haben keine Post, Harry hat uns keine Geschenke gebracht, zumindest bringt er was Sinnvolles, sind nicht irgendwelche toten Mäuse hierher, so, wir haben jetzt erstmal ganz viel Saatgut, was wir noch in die Erde prügeln wollen, zack, 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 dann nehmen wir erstmal die hier, diese Katze ist irgendwie creepy, wie nennen sie Creeper, so, zack, zack, so, dann mal das Erste, hoch damit, hoch damit, so, mal gucken, drei, fünf Tage, sieben, ja, das müsste eigentlich alles hinhauen, dass wir das ja auf jeden Fall jetzt im Frühjahr noch ernten, und im Sommer gucken wir dann, was wir dann ansehen, und irgendwie kriege ich bei diesem Spiel Lust auf Stardew Valley wieder, ich weiß nicht, woran das liegen mag, es ist aber so, zack, zack, so, lalala, lalala, Essen ist da, gut, dass er nicht erzählt, was er wieder isst, oh, das wäre jetzt echt gemein, ich bereue gerade was gesagt zu haben, Harry, ich bereue es gerade, weil das kommt jetzt bestimmt, oh, ich esse jetzt das und das, weil er sich jetzt denken kann, dass ich heute noch nichts hatte, außer an der Scheibe Brot, jay, fang mich, fang mich, hier, ich mach dich nass, so, oder er hat es einfach nicht gehört, weil er schnell sein Essen holen gegangen ist, dann bin ich auch happy, ist auch alles in Ordnung, so, den kleinen Zaun, die können wir mal wieder platzieren, ja, wir können ihn immer platzieren, so, alles klar, zack, zack, Grill Chicken Deluxe Burger Pommes Grill Chicken Salad, ah, na gut, hat schon Schlimmeres erwartet, das ist ja das Gute, dass ich keine Hütchen mag, so, warte mal, einen haben wir noch, einen haben wir noch, das Ding, der steht auch ein bisschen verkehrt hier, ne, wir hatten das platziert, mehr, so, schon besser, vor allem die Rindsviecher, die brauchen wahrscheinlich auch so ein bisschen Auslauf dann, außerdem, wir könnten hier mal mit der Sense durch schwingen, oh, geil, wir haben zwei Sensen, ich bin so gut, so, zack, 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 oh, da gibt es auch ein paar Samen raus, was haben wir denn da gefunden, Beutel mit gemischten Samen, was wird wohl daraus wachsen, es ist und bleibt ein Rätsel, und unseren Kaktus muss er noch platzieren, ganz ehrlich, wir haben ja da noch so ein bisschen Fläche, so, zack, Rindsviecher, ich hab doch Huhn, nicht Rind, ich mag aber Rinder lieber, so, vielen Dank, dass du da warst, Mad Master, ich wünsche dir viel Spaß bei, äh, Rainbow Six, oder, ne, keine Ahnung, R6, ich glaube, dass das das ist, dieses Tom Clancy-Gedöns da, Ubisoft, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, danke, dass du da warst, tschüss, tschüss, okay, so, jetzt mal kurz hier unsere Doppelsense nehmen, warte mal haha aber nichts gesammelt, verdammt, ich hätte gerne noch ein paar Samen hin, also einen doch, Mampf, ja Mampf-Tonor, Mampf-Tonor so, kann ich das hier eigentlich auch splitten, ich würde jetzt nämlich gerne nur, ah, alles klar geht, dann verkaufen wir mal eine Zinsse wieder es ist ab, echt creepy, wie ab und zu die Leute irgendwo aus Wänden ploppen so flops flops verdammt nochmal platzieren verkaufen so, jetzt haben wir es richtig eine gute Wahl, ja, weil zwei brauchen wir nicht zwei brauchen wir nicht hatten wir hier nicht irgendwo so einen Kasten hier steht ja so ein Kasten, einsam und alleine platzieren, verkaufen, zerbrechen, ja, ne verdammt, den können wir nicht mitnehmen ich sehe keine Möglichkeit oder Ecke egal, hallo Kätzchen mja mja, ja, hallo mja mja bänden kaizen ihre Sätze immer mit mja kaizen ist schön ich habe ein Gerätschreibfehler gefunden nein, nur manchmal mja mja was haben wir hier eigentlich Drachenfruchtbaumsamen Kholsamen hier gibt es halt auch noch Gurkensamen und Baumsamen mhm da wo ich meinen Samen gelassen habe, steht heute ein riesengroßer Obstbaum soo lalalalalala kann man das Ding hier nicht abreißen heimlich und das Material mitnehmen für seine Putze also geht bestimmt aber wär auch fies mir fehlt ne Schindel sehen wir da gerade Harry ist glücklich, Harry ist zufrieden so, wir brauchen nein Rechtschreibfehler sind Ausdruck der Kreativität und sie dürfen beiden werden gut, jetzt müssen wir da nur irgendwie ein Dach draufkriegen, das vielleicht noch hübsch aussieht mhm joa, viel Geld haben wir nicht womit kann man jetzt echt mal ein bisschen Kohle machen ich möchte meinen Kaktus hier auch irgendwo mal jetzt hinsetzen die Kisten können wir mal hinsetzen und dann hier Angelplatzschild wir haben hier ja so einen kleinen Gartentümpel aber den finde ich jetzt nicht so passend für einen Angelplatz wir müssen uns glaube ich auch mal die Karte einfach ein bisschen angucken ein bisschen reisen herausfinden, wo es hier schöne Gegenden gibt Ressourcen sammeln aber die ganze Blumen finde ich super und es läuft echt super performant man merkt, es ist anscheinend nicht mit Java programmiert ich muss das ausprobieren ich muss das ausprobieren das hat keiner gesehen gute Arbeit die Scheune wird mich glatt zum Wein bringen wenn ich das könnte was, du kannst nicht weinen? falls du noch nicht bei ihm warst würde ich sagen, dass du Maximilian davon berichten solltest hoffentlich sehe ich bald mehr von deinen Werken du kannst jederzeit an meinem Türchen klingeln wenn du Material oder Hilfe oder Geld aus meiner Kasse brauchst so hier haben wir ja für Dächer ja ja so die bräuchten wir glaube ich für unser Dach um das zu flicken Schade, dass das Streamback nur auf meinem Channel geht ich frage gar nicht erst was du vorher hattest orange upside down orange voll ja, nehmen wir mal mal gucken nehmen wir mal davon ein paar mit und davon ein paar und schauen wir mal wie weit wir kommen, ne? so und irgend so ein großes Ranch Fenster Fantasy Fenster das kostet 200 das kostet 80 tatsächlich da wird so ein Fenster genommen ist billiger Tavernentür reguläre Tür lalalalalala ach, du wolltest das Welpenknuddel noch auf dem Button klatschen funktioniert das leider nicht mit dem Chat? ah, schade das ist natürlich echt schauli ok so, warte mal für unser Dach zum reparieren bräuchten wir glaube ich dies so, ne? so, jetzt haben wir bei ihr erstmal mit ihrem eigenen Geld eingekauft das ist so echt traurig eigentlich zu mal klauen was soll er schon für Konsequenzen haben? Harry ist glücklich und das ist das Wichtigste gegossen ist auch alles ist also supi so, warte mal jetzt mal kurz gucken die Kisten will ich nochmal kurz hinsetzen drinnen ja, so eine Kiste brauche ich mal eigentlich noch auch wenn ich sie nicht schön finde so, das haben wir hier müssen wir noch so ein bisschen Boden gut machen da hatten wir doch auch noch welche, ne? hier, den hatten wir sogar extra mitgebracht so, zack na, das sieht doch schon mal gleich ganz anders aus in der Küche mh, was haben wir denn hier? oh, Scholl, das ist unser Dachkram und ansonsten für den Boden sonst habe ich nichts mehr müssen wir mal gucken also, dass wir hier das dann mal das muss unser Häuschen mal schön kriegen ne? aber jetzt ist mal hier hm wie machen wir denn das jetzt mal wie machen wir denn das jetzt mal so, ja ich brauche wahrscheinlich eine patentierte Erd- Klumpatsch- Brücke den Erdaufzug, ne? so so, komm mal wenigstens mal aufs Dach da steigen wir uns aufs Dache drauf so äh, du bist falsch die müssen wir gleich nochmal wegholen mehr da 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 ja, hiervon werden wir noch ein paar brauchen aber ich wollte halt erst mal das Dach überhaupt anfangen von unserem kleinen Bauernhof zack äh, ja mh so zack, eins noch raus find ich schöner äh ja, es nimmt Gestell dann der Erdfahrstuhl, Eric kriegt neues Geld nur wenn man es ihm verrät nur wenn man es ihm verrät gleich auf Twitter ey Eric, kriegst du wieder eine Mitte kriegst du wieder Tantien für deinen patentierten Erdfahrstuhl herr, okay, ihr habt den benutzt oh ne, tut sowas nicht bitte nicht das ich glaube, was ich ich weiß nicht, ob er das nicht sogar als Spaß verstehen würde aber ich weiß nicht, ob ich es gut finden würde ich bin wahrscheinlich in der Apotheke tu dir dabei nicht weh wie bezahlst du denn so, dass ich es nicht verrate ich spiele heute kein Player Announce Battlegrounds versprochen so zack, hin damit ja, doch, kann man machen kann man machen vielleicht noch ein bisschen tiefer ziehen dafür brauchen wir dann noch das andere das Problem ist, wir brauchen jetzt eine Menge um das hier dicht zu kriegen das ist zu wenig verdammt ich hab doch nix wie wärs mit einer defekten Autobatterie ach ne, schaß, ich brauch ja selbst noch wenn ich mir ne neue hole wegen Phantom hat aber 68er per Stunde ist also ne große ja, du Mädel ich will euch immer was sagen du musst dich nicht wundern, wenn die Leute bei dir im Geschäft die Kasse plündern ne, bist ja selber schuld, ne keine Tür drinnen so keine Ahnung, wer das war ne, hab keinen gesehen so die brauchen wir nicht aber davon brauchen wir halt noch ein paar wir hope jetzt wir sehen uns noch ein paar die l synchronous wir ein es wir ra das wir ein Bis zum nächsten Mal.